In welche Richtung geht das auf? Jetzt hat es wieder aufgehört. Mal sneaky durch den Jungle hier. Machen wir den Wachposten zuerst. Nachher müssen wir da eh hin. Da ist der Unterschlug, wo Synthsinkt ist, oder wie der heißt. Nee, wir müssen erstmal wissen, was dieser Funkmaster bedeutet. Okay, da sind anscheinend Wachen. Ist ja schon mal gut zu wissen. Es scheint also nicht leicht zu werden. Vielleicht wäre da ein Sturmgewehr doch ein bisschen... Da ist der Funkturm. Ich weiß noch nicht, was ein Funkturm macht, aber wenn er schon auf der Map gezeichnet wird, dann wird er wohl aufs... Machen, schätze ich. Alter, bei mir unterschlupft acht Leute und hier gar keiner. Was mache ich jetzt damit? Hallo? Ich kann das nicht benutzen. Muss ich die umstürzen? Die Melodie. Die nerven mich. Entschuldigung. Also mit Sniper scheint zu funktionieren hier alles. So, aber was ist das jetzt hier? Ich kann das nicht benutzen. Und gar nichts. Kann ja sein, dass ich auch was dafür brauche, was ich aber nicht denke. Aber nun gut. So, jetzt wo wir gerade hier in der Nähe sind, holen wir uns den Wachposten da hinten mal. Boah, da sieht man aber ganz, ganz wenig vom Kopf. Vielleicht kann ich von der Ohr mir was runterschießen. Nein, kann ich nicht. Oder ich gehe nochmal da hoch. Na. Nee, scheint nicht so. Wäre ja auch zu schön gewesen. Geh in deine Karre. Ernsthaft, dass ich die nicht getroffen habe? So. Ich würde gerne wissen, wenn ich die erspäht habe, ob da noch Soldaten wiederkommen. Also, ob sich das überhaupt lohnt, das jetzt zu machen hier. Dass der nicht in seine Karre gestiegen ist. Ach, Gott. Baaam. Langsam wird meine Sniper-Muni alle. Ich kann hier auch nichts einsammeln, ne? Okay. Explosives. Ach, hier. Ah, wieder 30 Schuss. Sehr gut. So mag ich das doch. Irgendwo was hier in der Nähe? Nee. Ja, aber kommt hier jetzt allgemein nochmal was oder nicht? Das ist halt so eine große Frage. Die ich mir zumindest gerade stelle. Was bedeutet das Health? Pass auf, gibt es hier nicht eine Legende? Ich war doch so... Ja, Legende. Entschuldigung. Das ist also eine Handyantenne hier. Habe ich gerade sehe. Dem muss ich die bestimmt umwerfen, damit sie keine Hilfe rufen können. Ich fahre gleich in der Macht und vor. Weil ich schieße da mal mit der... nicht mit der Bazooka drauf, sondern mit der... mit dem Raketenwerfer. Oh Gott! Dieser Hustenanfall. Gut. Das ist nichts, alles klar. Dann lass uns mal weiter düsen. Jetzt aber wirklich mal Richtung Hauptquest. Wir dödeln hier die ganze Zeit rum. Das ist der Hammer. So. Das bringt auch nichts. Was soll ich denn daran machen? Ja, hier ist doch gar nichts los. Du brauchst gar nicht die Musik so aggressiv einschalten. Mach auf! Abkotz! Ich denke nämlich, dass das so ein Sender ist, von wegen, ne, dass sie sich nicht mehr unterhalten können. Sprich, dass hier einfach in der Nähe nichts mehr spawnt, sag ich mal. Keine Hilfe rufen, also kommt nichts. Wäre natürlich ganz nice, so zu wissen, ob das nun der Fall ist. Ich würde doch mal überlegen, ob wir... Hier war doch auch ein Außenposten. Ich steige mal hier kurz aus. Ich werde mich nicht täuschen, weil ich... Ja. Noch einer? Noch einer? Hä? Hä? Also, der Sniper geht das. Gehen die Wachposten aufstöbern recht gut, wa? Sonne! Sonne! Das sieht man ja auch so selten in Afrika. Du hast mich nicht gesehen, Mama. Du hast mich nicht gesehen, Mama. Nein! Was? Du kannst mich gar nicht sehen. Wen ich nicht sehen, sie sieht mich auch nicht. So, das war's du. So, noch jemand auf mich geschossen. Au! Alter! Wo? Hinter der Mauer wahrscheinlich, ja? Okay, jetzt hat mir das kein so gut reingedonnert, aber... Kannst du mal stehen bleiben? Ja, da brauche ich natürlich Skiller. Okay, schwimmen können wir. Alles klar. So, war's das jetzt? Oder kommen hier noch mehr? By the way, genau bis hierhin habe ich gespielt. Ich bin nämlich einfach durchgecruised und habe das jetzt nicht so sneaky gemacht. Und ich habe so mega auf die Fresse gekriegt jedes Mal und ich konnte nicht mehr zu meinen Unters... Schlupf... Irgendwas war da, worauf ich denn auch gar keine Lust mehr hatte auf das Spiel. Aber wenn man das ein bisschen sneakiger macht, dann passt das eigentlich alles wieder. So, hier ist nichts. Aber irgendwas hat auch wirklich geschossen gerade. Bin ich blöd, sag mal? Und wieso steht hier nicht ausgespäht? Eigentlich, ich meine, ich habe das ja wohl ausgespäht. Muss ich erst einmal die Muni... LOL! Jaja, ich nehme mir sowieso mal meine... Also, sag mir jetzt... Ähm... Dass, wenn ich Waffen der Gegner nehme, dass da Ladehemmung sein könnten. Der Striche, Alter! Ah, so wie jetzt, so. Aber wieso habe ich denn eine schlechte? Wer hat denn Striche, Alter? Lebt der noch? So lebt es doch gar nicht. Aber ich habe die doch aus dem Mic. Oder? Ah, was? Alter! Das ist nicht dein Ernst. Da wirst du sowieso schon gefragt, warum das rot ist. Unglaublich. So, jetzt aber clean, oder? Ich hätte groß weh getan haben, mir jetzt auch nicht. Ja, gut, ausgespäht. Alles klar, gut. Healpacks brauche ich nicht. So, wollen wir mal zur Karre zurück. Nehmen wir natürlich die, die auf der Straße steht. Wollen hier ja nichts blockieren. Ich drücke immer auf M. Da ist jetzt ein Healpack gekommen. Alles klar. So, dann wollen wir mal weiter. Ich drücke schon wieder auf M. Wir fahren jetzt erstmal geradeaus. Inzwischen von blau und rot. Ich weiß aber noch nicht, was ich nehmen soll. Von meinem Kameraden, der vielleicht ein besseres Angebot hat. Aber das kann ich eigentlich nicht machen, weil die rote Quest, sage ich jetzt. Ich nenne sie jetzt mal rote Quest. Hat mich ja eigentlich schon bezahlt, wa? Das kann ich jetzt ja nicht einfach abbrechen. Ach, du wirst auf mich warten. Ist hier schon in der Wachposten, oder so? Ammonation. Achso. Ah, super. Alles klar. Gut, dann können wir mal eben ganz kurz zumindest die Pistole mal tauschen. Das wird dann wahrscheinlich hier sein. Aber ich will jetzt natürlich keine haben mit Ladehemmung. Das wäre ja... Habe ich noch gar keine Pistole, sag mal. Ich habe noch gar keine Pistole gekauft. Ich volldeb. Sie müssen primär Kisten kaufen. Wo mache ich das denn? Pass auf, wo wir ja gerade sowieso mal hier sind. Können wir hier nochmal reingucken. Ich meine, wir haben jetzt nur zwei Diamanten oder so gefunden. Ah, da ist keine Mission aktiviert. Er scheint der Waffenhändler im Waffenladen. Er kann ihm Mission anbieten, durch die sie neue Waffen zum Kauf freischalten können. Nächste Mission schaltet folgende Waffe frei. Star, Läuftpistole und eine schallgedämpfte Pistole. Eine schallgedämpfte Pistole wäre natürlich Premium. Ihre Lieblingswaffe kann noch verbessert werden. Ja, weiß ich. Aber ich werde erst mal eine Pistole kurz kaufen. Makarov. Naja, dann kaufen wir die halt mal. Ich habe echt keine Lust, mit, ähm, ich sag mal, benutzten Waffen hier rumzulatschen. Nachher Ladehemmung und dann, keine Ahnung, sterbe ich oder so. Da habe ich natürlich wenig Lust zu. Gerade weil ich im Moment auch nicht weiß, wie hier die Speicherstände sind. Da. Alles klar. So. Dann wollen wir mal wieder... Alles voll, ja? Ja, okay, nicht ganz voll, aber das reicht. So, wir fahren jetzt immer noch zur Roten. Ja, Baum, geh weg da. Stand ist auch echt ungünstig. Hui! Und weiterfahren hier. Alter, scheint aber ganz schön groß zu sein hier alles, ne? Ich habe da noch kein, kein Feeling für. Oasis. Ach ja, Wüste, ne? Bekommen wir noch ein, zwei, ungefähr zwei Wachposten vorbei. und dann zwei Unterschlupfen. Oh Mama 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 Alter Ich spritz mir mal eben eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017